Der erste Versuch Dann eine Steigerung auf 67,14 Meter Und dann eine erneute Steigerung auf 68,04 Meter Platz 2 bisher für den 25-jährigen Athleten aus der DDR Das dritte der Weltbestenliste dieses Jahres Dann so wie diese Diskurswerfer hier heute werfen So tun sie es eigentlich erst seit etwa 70 Jahren Denn noch bis in die I'll be back Und dann eine Steigerung auf 68,04 Meter